Okay, ah, wir empfangen wieder was. Ja, alle anderen gefallen, okay. Zeit zum verschwinden, frühere Pufferzone, okay. Gut, das kriegen wir auch hin. Sind wir wieder? Ja, wir sind wieder im Action-Modus. Und müssen wahrscheinlich in Richtung blauer Stern. Da sind Hinkerheinis. Die sehen aber echt strange aus, ne? Die sehen so silbrig aus. Verschanzen-Position halten, ja genau. Ähm, so, Hinkerheinis dort. Sonst keine Hinkerheinis, okay. Ähm, Nummer 1. Der Aiden, der marschiert mal dahin. Reginald, kann ich dich... So. Okay, und von hinten kommt nix, ja? Dann verschanzt ihr euch hier so ein bisschen. Und dort so ein bisschen. Ich hoffe, das passt. Okay, da fällt einer die Treppe runter. Das wäre schön für so ein Slapstick-Video, aber na gut. So, äh, Freunde, das machen wir jetzt mal ein bisschen organisierter. Ich glaube, du kannst eh nicht treppen. So, ich will den sterben sehen. Ja, du hast es. Roger, consider it done. Na, komm. Pam, pam, pam. Ja. Okay, das war's. Dann ist da noch eine Gruppe. Ähm, dafür holen wir uns den Darren dahin. Der guckt dahin. Da haben wir natürlich so ein bisschen verdecktes Schussfeld. Ähm, Reggie? Dorthin, bitte. Yes, Sir. Und the Maxwell, ähm, der verschanzt sich nämlich genau auf der Gegenseite. Dann sind wir ein bisschen verteilt. Das könnte klappen. Aber da sind ganz viele Zahnräder. Ich geier jetzt schon wieder. Hä? Kommt ihr auch? Ach, sind die lahm. Okay. Ähm, Reggie? On it. Daryl. Ne, Darren. Done. Oh, was mach ich da? Ähm. Roger. Reggie? Hier hin? Maxwell? Du gehst da hin. Oh, ich hab ihnen den Einwegpunkt nicht weggenommen. Ach, guck, die bleiben da einfach stehen. Die warten schön. Das ist ja nett. Hm, naja. Äh, ups. Ja, wirklich? Hm? Ähm, aber Maxwell, was hast du denn da? Huuuuhu. Oh, man. Ach, man. Okay. Wir müssen das anders planen. You got it. Ähm. On it. Darren. Darren kommt hier hin. Reginald. Hier hin. Maxwell. Hier hin. Mal gucken, ob das klappt. Splittergranate. Jo. Das klappt. Das sieht definitiv erfolgreich aus. Krawumms. Okay. Consider it done. Reginald. Eins. Zwei. Und Blick nach da. On it. Aiden. Aiden. Ähm. Blick nach dort. Ready, on your goal. Und. Du sammelst auch ein. Blick nach da. Und der Maxwell, der stellt sich schon mal hier hin. Und auch Blick nach da. Und. Darren. Ach so. Oh. Hm. Okay. Ich hab den. Den Reginald dahin geschickt. Aber das passt so. Dann geht halt einer sammeln. Ja. Okay. Der ist auch down. Dann stellen wir den entsprechend mal dorthin. Der Reginald kommt dahinter und guckt da drauf. Und ihr macht da zu. Und du guckst da hin. Okay. Los. Reginald. Avanti. Fasset nicht. Ach so. Ähm. Ähm. Okay. Da sind noch Eumels. Da sind Eumels. Muss ich erst alle besiegen, bis wir hier rauskommen, oder was? Dann kommt mal hierher. Oh. Äh. Stopp. Äh. So. Der Darren. Der Darren ist Nummer 3. Äh. Bitte mal ganz schnell. Super Idee. Ach. Da ist eine Mauer. Okay. Ähm. Blöde Idee. Aiden. Äh. Reginald. Dahin. Got it. M-M-M-Maxwell. Und. Darren. Aha. So. Oh shit. Kommen die da auch? Oder stehen die da noch blöd rum? Da haben wir jetzt natürlich... Nee, ist alles gut. Okay. Ja. So. Ähm. Mit Blick nach da. Und. Mit Blick nach da. Darren stellt sich da hin. Aha. Da ist ein Mäuerchen. Das heißt, er guckt einfach da hin. So. Oh. Ähm. Maxwell. Da Schutz suchen. You got it. Ready on your guard. Darren. Sofort. Nee, falsch. Zurück und da Schutz suchen. Aiden. Einfach da hin. Roger. Reginald. Einfach den hier. Okay. Na, das läuft doch. Ja, das ist natürlich kacke mit der Schrotflinte, wenn die so weit weg sind. Clear. Gut, geschafft. Ach, das geht ja. Ähm. Äh. Ah, Actionmodus. Actionmodus bedeutet, wir können wieder laufen. Und die Leuchteband ist weg. Das ist echt so eine, so eine Zockersucht, ne? Wenn irgendwo was leuchtet. So, können wir da hoch? Operations beginnen. Okay. Ja, wenn der Modus angeht, dann wissen wir, es ist problematisch. Ähm. Done. On it. Bin mir jetzt nicht sicher. Kommen wir hier hoch und bringt uns das was? Ich glaube, nein. Bling, bling, genau. Okay, du gehst dahin. Du stellst dich hier so an die Ecke. Reginald, ich muss dich da einmal durchschicken. Und der Darren, der hält sich hier auch. Okay, ach nee, das geht doch. Okay. Ähm, Maxi, mein lieber Ratatata-Mensch. So. Ratatata deswegen, weil... Unterdrückung. Oh, ach so. So. Darren, was kannst du? Gegner festnageln. Blendgranate. Also nichts. Quasi. Das ist ja blöd. Okay, stell dich mit da hin. Dann kannst du besser feuern. Aiden. Gegner markieren, weil du der Anführer bist. Okay. Reginald. Gegner provozieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen möchte. Aber das kann ich machen. Guck mal, der kann da... Da oben was hinwerfen. Da fliegt's. Wow. Okay. Das hat besser geklappt, als ich dachte. Ja, Sir. Oh. Äh, Leute, Schirm raus. Es fliegt silberiges Zeug. Okay, ein paar sind noch da. Aber die kriegen wir wohl platt. Äh, Maxwell. Ja, geil. Und schon laufen sie zurück. Wir sollen doch da oben hin. Oder nicht. Oder wie, oder was, oder wo. Egal. Erstmal sammeln. Ah, ich hab den Maxwell jetzt gebählt. Der hat das schwerste Gerät, glaub ich. Upsala. Schrott aufgesammelt. Ich bin gespannt, was man damit machen kann. Das wird ja wohl nicht einfach nur so da sein. Okay, hier liegt jetzt nichts Bling-Blingiges mehr. Puffer-Zone war ein Reinfall. Äh, verstanden. Okay. Z-Bilder von 200 Meter. Schlagen Sie sich dort schon durch. Schauen Sie. Huch. Auftrag abgeschlossen. Okay. Immer Richtung Stern. Ach, guck mal. Natürlich ist da unser Logo an der Wand. Das Breach & Clear Logo. Hallo? Soll das ein Witz sein? Drei Monate. Und die Kavallerie von draußen rückt endlich an. Sind jetzt drei Monate seit dem Tutorial vergangen, oder was? Ma'am, nehmen Sie die Waffe runter, Ma'am. Okay. Bier. Nee, komm. Lass uns einfach rein. Schätze, die Würmer brauchen nicht noch mehr Futter. Okay. Macht das Tor auf. Andy. Och, Andy. Ach so. Klar. Euer Generator ist im Arsch. Und deswegen kommen wir... Welches Tor braucht denn hier ein Generator? Ach, das... Da, wo doch unser Logo drauf ist. Verstehe. Gott. Ähm, okay. Schauen wir erst mal. Die kommen da aus der Ecke. Und... Zwei, drei Peoples kommen von da. Okay. Also, der Hauptteil kommt von dort. Ähm... Das ist nur doof, dass sie hier dann aufgesplittet werden, gegebenenfalls, ne? Das heißt, eigentlich... Ähm... Wenn wir das so machen... So, einer sollte reichen für den Typen, der da kommt. Das macht der Reggie. Yes, sir. Ähm... Und der Darren... Ähm... Der stellt sich da hin. Und der Maxwell, der macht nicht da, sondern... Hier. Okay. Erstmal. Wer hatte nochmal die Granate? Keiner. Okay. Aufgebraucht. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Boah, Maxwell. Echt? Das Auto springt dich nicht an. So. So. Okay. Maxwell. Da... Da kommt einer. Das hast du schon gesehen, ja? Darren. Bitte auch. Auf den feuern. Noch kommen sie einzeln. Gleich ist da eine ganze Gruppe. So. Da kommen jetzt noch zwei einzelne. Aha. Der Aiden kann eigentlich mal... Warte mal. Können wir den... Daran noch ein bisschen weißer Alter da hinschicken? Ja. Yes, sir. Und dich... Ach, guck mal. Wir können es auch hier so postieren. So. Zur Not muss der Maxwell halt ein Stück zurück. So. Okay. Und Reggie, du machst die einzelne... Waren das nicht gerade auch zwei? Okay. Der Darren... Ich glaube, der Darren konnte nichts anderes werden als Soldat. Oh, shit. Oh, shit. Aiden und Reggie, auf den. Oh, fuck. Äh, Reggie? Ähm... Roger. Aiden? Hm? Ähm... Du-du-du-du-du-du-du-du-du? Du. Ja? Okay. Das hat geklappt. Darren, den bitte noch mit angreifen. Jo. Jetzt auf den. Äh, mach die doch mal platt. Okay. Jetzt kannst du wieder davor. Reggie, du hast das schon. Und... Du gehst mit... Ne, blöde Idee. Ich glaube, wir packen den besser hier oben hin. Dorthin. Ah, aber da unten kommen noch mehr, ne? So, der ist fast platt. Oh, ne. So, Darren... Und Maxwell, mach mal volle Ladung drauf, bitte. Äh, echt jetzt, weißt du? Jetzt hätten wir wirklich die Granate eigentlich gebraucht. Was haben wir hier noch? Unterdrückung. Gib alles. Aiden, hast du noch was für mich? Nö. Okay. Ups, das wollte ich nicht. Sorry. Ähm... So. Oh, da kommt auch noch einer. Was war das? Ach so, das ist das Sperrfeuer. Der Aiden hat echt ne Kackwaffe. Aber der hat sonst nur ne Pistole, ne? Oh, Gott. Ja. Wir wechseln mal Waffe hin und her. Ähm... So. Reginald... Da ist einer. Oh, der ist noch. Volle Kalotte da. Ähm... Ähm... Aiden... Unterstützt mal da. Und macht den platt. Darren, auf den. Okay. Schrotflinte hilft. Ja, schrotflinte hilft sehr. Jetzt alle drei auf den. Jupp, okay. So, jetzt ist alles wieder gut. Ähm... Aiden, alte Position wieder einnehmen. Reggie... Reg... Reggie... Reggie nimmt die Position ein. Aha. Darren... Bleibt da. Okay, sehr gut. Da kommt ein Einzelner noch. Und dann ist das erledigt. So, dann... Äh... Luten. Luten. Oder? Oh, da kommen noch welche. Vergiss es. Reginald. Wir kämpfen noch. Halt deine Finger im Zaum. Oh, ist doch nicht wahr. Jetzt humpelt der sich da einen ab. Okay, Reggie. Dann gehst du zurück auf die Position. Du gehst dahin. Dahin. Ups, nein. Und dann dahin. Scheint alles sicher zu sein. Jawohl. Cool. Area sanitized. Tür ist auf. Die Lissi lässt uns rein. Ups. Betritt den Unterschlupf. Laden. Laden. Ha. Auftrag abgeschlossen. Hören Sie, in den letzten Wochen haben wir ein paar verrückte Kunde... Nein, haben ein paar verrückte, grundlos Leute getötet. Ja. Okay. Sie haben Glück, dass wir nicht... Dass... Die sie nicht gefunden haben. Es ist heute ganz schlimm mit dem Lesen. Wir hatten eine Mordsangst. Sie sind nicht mehr rausgegangen und haben vorwärter gesucht. Jetzt tauchen sie auf. Okay. Keine Infizierten. La 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 la. Sind nicht die Infizierten... Ihre Fanatiker? Oh oh. Das passiert immer. Es gibt immer irgendwelche Fanatiker, die durchdrehen. Und ich klicke einfach weiter und lese nicht. Super. Ähm... Wir sind nicht in der Lage, Hilfe zu leisten. Das stimmt allerdings. Wir wollen selber hier einfach nur raus. Ähm... Na 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 na... Hm... Okay. Wir sollen helfen. Nahrung und medizinische Vorräte. Ein Stück die Straße rauf ist eine Kneipe. Boah, geil. Erstmal Bier schlürfen oder was? Ähm... Alkohol? Innerhalb... Bier? Oder... Also bitte. Wie viel Alkohol soll denn da sein? Willkommen im Unterschlupf. Es gibt eine Werkbank. Sehr gut. Oh. War das beim letzten Mal auch so? Ha. Ich bin gespannt. Und wir können hier Dinge ablegen, ja? Überschüssiges Inventarlagern. Okay. Cool. Ähm... Aiden. Werkbank öffnen. So. Ähm... Ausgerüstet. Zubehör. Kein passendes Zubehör. Das... Upsalab. Das war mir jetzt fast klar. Waffe umbenennen. Zubehör tauschen? Nein. Mhm. Okay. Und wir haben hier einen Schrank. Da können wir Dinge ablegen, ja? Defibrillator. Nein, wir schließen. Okay. Was machen wir denn mit dem Schrott? Wofür sammle ich denn den Scheiß, wenn ich damit gar nichts machen kann? Ups. So. Äh. Ne. Das will ich jetzt gar nicht. Ähm. Ja, genau. So. Werkbank öffnen. Äh. Taktische Waffe. Upgraden? Warum habe ich das denn gerade nicht gesehen? Schrott. 300. Ah. Okay, aber mal ernsthaft. Ähm. Was, doch lieber das, oder? Nicht diese blöde, wertlose, taktische Pumpgun. Ich bin nicht überzeugt von dieser Idee. Ähm. Wir machen mal alles. Genau. Einmal upgradet. Und auf jeden Fall. Das Ding upgraden. Und. Die M4 auch. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Ähm. Begib dich zu dem Restaurant. Müssen wir hier raus? Ausgang. Jawohl. Das Sternchen ist da oben. Oh. Hm. Munition. Sehr schön. Ort für schnelle Reise entdeckt. Hehe. Ne Haltestelle? Echt jetzt? Was haben wir hier? Das ist nur eine Lampe. Ah. Hier ist der Ausgang. Wo sind wir denn hier? Das ist ja nicht der Ausgang, durch den wir reingekommen sind. Das hier. Haltestelle. Okay. Ah. Okay. Oh. Das ist ja nett. Also das gab es in dem Teil, den ich gespielt hab. Also das gab es in dem Teil, den ich gespielt hab. Untertitelung des ZDF, 2020